Als Herr Müller hat das auch funktioniert. Das waren auch viele Jahre und ist interessant. Mir ist so angefangen, meine Frau ist auch eine geborene Müller. Ich hätte also auch Anger Müller-Werste vernehmen. Alisas Mutter ist Japanerin. Also insofern, so ein Mix. Und Alisas Müller wird uns jetzt mit Schauke erblicken. Und wie gesagt, noch einmal der Dank an die Mütter und an die Lehrer. Und jetzt kommt Alisas Auftritt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Amen. 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 Thank you. Amen.